Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Better Minecraft mit Robin. Hallo. Da sind wir wieder, ganz kurze Rundreise in unserer Hütte. Wir haben jetzt hier einen Dorfbewohner, der hat sich irgendwie zu uns verirrt und hat hier einfach einen Job angenommen und pennt jetzt bei Robin im Bett mit. Ich habe ein bisschen das Lager gebaut. Wir haben jetzt hier eine Rüstungskiste, die ist größer und hier unten eine Holzkiste, eine Steinkiste. Nether-Sachen kommen da rein und Essenskiste und dann noch zwei Kisten. Da sind wir noch nicht so richtig sicher, was man da reinbauen. Robin hat Obsidian geformt und jetzt geht es darum, dass wir ein Nether-Portal bauen. Genau. Ich würde mal sagen, ich baue das auch direkt mal hin. Genau. Ich würde sagen, wo bist du? Ja, ich bin unten beim Portal. Genau. Wir wollen das nämlich unten, wo das ursprüngliche Portal stand, auch gleich nutzen und das da hinbauen. Richtig. So, dann würde ich vielleicht nein. Ja, verkehrt abgebrochen, verkehrt platziert. Das sah nämlich ganz gut. Dann würde ich vielleicht auch noch oben diese Stufen auf der anderen Seite ergänzen, weißt du? Weil hier gerade ist auf einer Seite der Stufe, auf der anderen nicht. Genau. Hier ist überhaupt noch eine Kiste mit Eichensetzlingen. Das ist sehr gut. Oh. Okay, du hast schon angezündet. Ich hatte auch schon was. Ja. Wollen wir mal sehen, ob hier vielleicht ein paar Bäumchen entstehen. Mal schauen. Hallo. So. Okay. Oh, hier ist schon ein Baum gewachsen. Meine Güte. Äh, wo ist jetzt unsere Hütte? Da oben. Okay. Gut. So, warte. Ich gehe auch kurz zur Hütte nach oben. Äh. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal einen Weg nach oben bauen, einen ordentlichen. Ja, ich habe mich kurz hoch teleportiert. Hat das schon wieder geschummelt. Nee, das ist ja kein Cheating. Das ist ja in der Minimap, äh, Minimap-Mod mit drin, ne? Da will gar nicht nix. Stimmt. Ähm, so. Ja, mache ich jetzt auch nur, weil ich ja schnelles Feuerzeug hier abliegen möchte, dass wir vielleicht mal durchs Portal können. Ich nicht fünf Jahre nach oben bauen. Ja. Mhm. So. Hm. Was ist das Feuerzeug hin? Feuerzeuge? Feuerzeuge. Nein, nein, ich habe schon. Ich habe gerade noch einen Inventar gesucht. Das war irgendwie weg. Aber so. So haben wir hier noch Obsidian, zwei Stück übrig. Der Weg wird dann natürlich auch noch ein bisschen schöner gebaut. Ah, wir brauchen noch Goldsachen. Stimmt. Wir machen kurz zwei Schuhe. So. So, abends kurz zwei Stiefel gemacht. Ist ja gut. Okay, dann kann man die einziehen und dann kann man ja in der Sorge gehen. Ähm. Willst du vielleicht, äh, hast du eine Holzfühle in Ruhe? Oder weil ich mach kurz eine. Ich mach kurz eine. Ich mach kurz eine. So. So, den Weg hier und runter muss ich dann natürlich auch noch schön bauen. Okay, du hast Goldsachen mit. Eine Truhe steht doch hier unten beim Portal. Brauchst du nicht machen. Ach so. Da ist doch noch diese, 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 diese lila Truhe ist ja da noch. Und da ist ja schon eine. Da können wir ja die Sachen reinlegen. So, ich hoffe, wir werden sterben nicht im Netto. Hm? Hm, ich denk mal nicht. Soll ich mein, äh, ich denk mal nicht, äh, soll ich mein Dings mitnehmen, mein, ähm, verzauberte Armbrust und sowas? Hm, weiß ich nicht. Mhm. Mhm. So, Goldschuhe, sehr gut. Ja, komm ich immer alles mit, ich versuche einfach nicht zu sterben. Mhm. Gute Frage, ja. Der Pickel hat sich da. Ja, ich nehm das alles mit. Ja, ich hoffe mal, dass nichts passiert. Ja, ich hoffe, dass ich mich sterbe. Mal gucken, was wir für einen Spot bekommen. Genau. Was uns erwartet. Ich würd sagen, wir gehen einfach rein. Oder? Wollen wir? Ja, gucken wir einfach mal. Ja, gucken wir einfach mal. Ja, gucken wir einfach mal. Dann gucken wir mal, was uns erwartet hier. Nether. Jaaa. Oh mein Gott. Quest completed. Wir sind noch tiefer. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Äh, das ist das Garten. Oh nein. Ja, das fliegt ja in der Luft. Oh Gott, Achtung Gas, schießen direkt auf uns. Wah, ich brenne schon. Wo ist denn der? Ich hab' gar nicht gesehen. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal Gold. Ähm, hast du ihn abgeschossen? Ich schieß' kurz den Garst ab. Okay. Äh, dieses komische Viech mein' ich. Ja. Ich hab' den Garst. Soll treff ich den überhaupt? Wah. Wo schieß' denn der? Wo ist denn der Garst? Wo ist denn der Garst? Ich weiß gar nicht, wer ist. Da oben ist diese Scheiß, äh... Ja. Ja. Ja, aber ich schieß' den Arm und bin die kräftig nicht. Ich weiß nicht genau. Ja. Da werden sie Feuer hier ausmachen. Jetzt. Jetzt der Tod. Okay. Da ist noch irgendwo hin, oder? Der Garst ist noch irgendwo, ja. Den hab' ich nicht gesehen. Achso, okay. Ich weiß nicht genau, wo der sich versteckt hat, sagt. Hm. Ich hör' ihn auch nur. Aber ich seh' ihn nicht. Ich hör' ihn auch nur. Ich hör' ihn auch nur. Ich freu' ihn mal hier hoch, ne? Die fliegen ja in der Luft hier. Ja. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Da kriegt man doch irgendwie nichts. Genau. Das haben wir. Eie. Auf jeden Fall gibt's hier ein bisschen was an Erfahrungen wieder, die wir sammeln können. Ja. Genau, viel Quarz auf jeden Fall baue ich ab, wenn wir nicht ein bisschen Dings bekommen. Level. Mal schauen, wo wir uns hier, wo wir hier hingehen. Was bist du denn da für ein Vieh? Okay. Ein Fellbär. Mhm. Alles klar. Okay. Man weiß, was uns hier für Viecher erwarten. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Mhm. Ich hab' ihn schon mal hier hochgebaut. Wie gibt's irgendwelche? Ein Burgelblock. Okay. Goldklumpen hab' ich schon in der Saison. Ist Lava nicht gut? Okay. Ich nehm' auf jeden Fall ein bisschen Quarz mit. Okay. Du bist da oben schon wieder. Alles klar. Ja. Da oben ist dieses neue Biom. Okay. Wollen wir da hochgehen? Ja. Ich bau' nur kurz die Goldnahmets hier ab. Hab' ich auch schon gemacht. Haha. Okay. Das sieht ja cool aus. Oha, Lava. Nicht gut. Ja, ne? Jetzt sind das ja Blöcke. Hier ist Schleim. Das ist ja cool. Ja, das ist irgendwas. Oha, Lava. Nicht gut. Das ist irgendwie. Oh, boah. Geh, warte mal. Ja, ich wollte zu machen. Ich komm' noch nicht hier hoch. Haha. So, ist abgebaut. Okay. Was haben wir denn hier für Blöcke? Blau ist netherrack. Emburgel hab' ich gesammelt. Okay. Aber das meinte ich, dass dieser komische Baum, den du hier abgebaut hast. Ja. Okay. Mhm, 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 mhm. Mal nennen sie den Hölzen mit. Okay. Was ist das? Im Burgelbranche. Mhm. Alles klar. Das schleimartige ist das. Ja. 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 Ich hab' auch nicht. Irgendwelche neuen Sachen, die wir herstellen können. Oh. Oh Gott. Oh, oh. Da kann man durchfallen. Okay. Ähm. Du bist jetzt auf nem schnellen Weg nach unten gegangen, ne? Ja. Ungewollt. Du kannst durch diese Kummerkonvention dieses Ding oder? Blütenstaub hab' ich bekommen. Das ist wie Honig, ne? Ja. Hier guckt, ob diese Teile, wo aussehen wie Stroh, kannst du durchfallen. Okay. Mhm. Das ist glaub' ich Blütenstaub. Mhm. 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 Okay. Da sind auch grüne Pilze, die kennen wir auch nicht. Aber die Frage ist jetzt, wo gehen wir hin? Dann wissen wir dann, wo unser Nether-Portal ist. Ja. Hier unten. Ähm. Ach, hier unten. Okay. Ich würde vielleicht hier unten weiter gehen, oder? Können wir auch machen. Au. Okay, welche Richtung? Ja, ich mach' Warte, ich mach' noch kurz ein paar Fackeln. Also in die Richtung, hier am Winster. Rechts genau hier runter. Bauen wir die Dinger da ab. Mhm. Oh. Alter. Blödsinn. Eil. Irgendwie explodiert das alles. Äh. So ein Blödsinn. Äh. Okay, wo gehen wir weiter? Jo, ich glaub' hier runter kommen wir nicht, ne? Ja. Oh Gott, Achtung, da unten ist über Lava. Ja. Ja. Boah, wenn man dagegen läuft, explizieren die auch. Ja. Also müssen wir irgendwo anders weiter. Ich will da ganz ehrlich nicht lang, ich hab' Angst, dass ich die Lava falle. Okay. Hier runter könnten wir? Hm, da müssen wir uns aber doch hochbauen, ne? Ja, ne, da würde ich vielleicht da oben weitergehen, oder? Ja. Können die auch hier rechts weitergehen, da ist auch noch ein Durchgang. Gucken wir hier mal, ja. We are unmuted squads. Was ist das denn für ein Zeug? Bloodstone ist das, aha. Okay. Blau's netherrack, hier gibt's blau's netherrack. Woah. Oh Gott. Okay. Hier geht's auf jeden Fall nach unten, hier ist Haufen Gold. Gold. Mhm. Okay, wo bist denn du? Du bist doch drüben. Ich bin drüben, ja. Ich hole dir Gold und Quarz ein bisschen. Hier. 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 Ich bin drüben. Ich bin drüben. Ja. Ich bin drüben. Ja. hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ach, da unten bist du? Okay. Ich bin nämlich da langgegangen. Mhm. So, ich hole mir hier mal die Golden Nuggets. Neues Blumen. Okay, dann geh ich mal hier hinten weiter. So. Hier ist nix mehr. Okay. Magma. Magma Schleim oder was das ist hier. Ah ja. Alles gut. Okay. Jetzt kommen die ganzen Kräneviecher hier raus. Oh ja. Oh ja klar. Oh ne Magma Schleim. Sehr schön. Ah. Geil. Ne Magma Schleim. Na ihr kleinen Viecher gemacht werden sie nix hier. So. Sehr schön. Na zwei. Okay. Hm. Was noch? Ziemlich viel Quarz. Da wo du reingegangen bist, da bin ich nach rechts gegangen. Ja genau. Ich hab den Gang im Blick. Ich hab ihn nur noch ein bisschen Quarz mitgenommen. Jetzt geh ich auch da lang. Hier runter. Ah ich seh dich. Hallo. Wo bist du? Perfekt. Das wie hier unsere. Da vorne. Das wie auch unsere äh Gold Nuggets. Äh Gold Karotten. Farben. Langsam aufbauen. Ja. Wir brauchen halt nur Karotten ne. Die wachsen nicht so gut irgendwie. Ja das stimmt. Irgendwie. Ich hab ein paar Karotten mitgenommen. Wir müssen zu Hause ein paar Karotten haben. Oh Gott. Hier gehts runter. Äh. Ja. Naja. Fünf Stück oder so hat man glaube ich. Also wir Karotten hat. Ja die müssen wir vielleicht mal anpflanzen und dann. Hab ich schon. Aber die wachsen irgendwie nicht so richtig. Recht. Haha. Vielleicht falsche Jahreste. Hallo. Gehts noch? Haha. Ich denke wir sind genial. Ja. Coolsteuerung. Okay. Wo wollen wir weiter gehen? Wir können ja erstmal ein bisschen gucken. Äh immer in Richtung Quarz. Ein bisschen gucken. Eben wir hier ähm vielleicht ähm. Abbauen oder so. Das geht aber nicht. Das geht aber nicht. Ja okay. Dann schauen wir uns erstmal ein bisschen rum. Nur ein bisschen gucken. Guck mal hier sind wieder so komischen Slime. Oh das ist ein cooles Dieb. Bio mehr. Ja. Was sieht cool aus. Ach komm mal guck hier sind wieder diese komische Dinger. Ja die hab ich auch schon genau. Diese Pluster Dinger da ja. Aua. Mhm. Meine Güter. Oh hier ist überall. Oh hier gibt's. Oh hier gibt's. Oh was hab ich denn hier gekriegt. Ein. Eine Emburwarze. Mhm. Die kann man vielleicht an. Die kann man vielleicht an. Die kann man vielleicht anfinanzen. Emburwarze. Oh ich hab auch. Und ich hab Emburrille. Das ist irgendwas was in Lava wächst. Okay. Ähm. Das sieht aus wie ein. Wir haben Lava einmal zu Hause. Wir könnten es anfinanzen. Das ist hier wie ein Seerosenblatt halt auf dem. Lava. Auf Lava ja. All okay. Fühlschneiß. Okay. Mit den Schleimen ja so cool. Mhm. Mhm. Boah. Wird aber Lava. Okay. Das ist jetzt hier kein Wasser. Das ist bestimmt auch so ein komisches Ding was das passiert. Ja. Ja. Also auf jeden Fall wird unsere Netherkiste schön gefüllt mit Sachen die wir hier im Nether finden. Das gefällt mir. Ja. wieder großartig. Ja. Ich glaub mich mit den Magma Viechern hier. Ich nehm mal die ganzen Bäume hier mit. Die sind cool. Ja genau. Und der Schleim ist auch cool. Ja genau. Und der Schleim ist auch cool. Ja. 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 Da sind sie. Hier. Wenn ich hier noch da gehen würde. Ja. 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 Das können wir auch machen aber. Nicht das wir dann nach unten. Na ich bin wegen Goldnuggets da. Nicht das wir dann nach unten fallen oder so. Ja. Dann müssen wir ja dann auch zu passen. Ah. Guck jetzt. Du da. Ja. Das war klar. Okay. Lassen wir das lieber. Ja. Jetzt wäre das lieber sei. Ops. ist etwas ungünstig müssen wir nach rechts gehen also ich hier geradeaus hier ist nicht über lava okay da bist du und aber mit einem netter sagt blöde hund nein ich lasse mich jetzt alle angreifen dann muss ich weg ja bis jetzt ist hier keiner die berühmte sich ja ziemlich schnell also bis jetzt ist keiner weiß ja noch wo wir hin müssen ja ja mir gut immer den fackeln folgen ist ja alles richtig oder ein schwarzer warum ist da ein schwarzer was ist das für einer hat er keine textur oder ist der böse hallo erst verzaubert zombifizierte pickling so was bist du denn hier und wildschwein und jetzt ist so ein komischer bär oder bist du böse und jetzt endlich an achtung das ist ja ein fuchs oder irgend sowas ja ja der hat mich gerade eben angezündet okay so geben wir weiterhin gute frage aber es ist einfach gerade aus den fackeln lang genau hier gerade aus weiter weil hier sieht es nicht so aus als wir über lava auf der karte höre ist das sind bist du denn jetzt ist der verfolgt durch ja er macht nichts aber du kannst dem hier diamanten harnisch geben und der macht hier draußen explosionsschutz 5 kann man den geben den trader karotten für smaragde netherwarzen kann man ja auch kriegen bei dem close stone okay du brauchst nein du bist ja gemein ich meine dass er nicht weg geht oder ja stimmt okay eingebaut kann man mich immer noch mit ihm handeln normalerweise genau so mal gucken wir mal weitergehen aber jetzt sagen ich würde aber sagen bevor wir weitergehen folge schon wieder vorbei dann würde ich sagen gehen wir nach nächsten folge einfach weiter na ja genau würde ich sagen würde ich sagen und denke ich sehe auch nichts ich sehe die auch nie ich höre die nur ich brenne warum brenne ich denn jetzt so hallo war gar nichts okay dann ich brenne schon wieder das verstehe ich jetzt nicht okay ich bleibe hier stehen und verabschiede mich oder wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten mal macht's gut tschüssi genau tschüssi